Musik Hier spricht Annelie von der Reise zu deinem Sein. Heute soll es um ein Gefühl gehen, das von Dualseelen immer wieder erwähnt wird. Und so oft erwähnt wird, dass man es nicht leugnen kann und es nicht wegzudenken ist. Und das ist das, dass sie sagen, sie haben das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein, als sie ihre Dualseele kennengelernt haben. Dieses Gefühl muss man, glaube ich, nicht weiter beschreiben. Es ist einfach ein angenehmes Gefühl und offensichtlich genau so, wie es erwähnt wird, so fühlt es sich an, einfach zu Hause und in Frieden zu sein. In diesem Moment, selbstverständlich. Ja, und wenn natürlich dann die Dualseele wieder geht, in der Trennungsphase, dann ist dieses Gefühl des Zuhause angekommen Seins verschwunden. Musik Genau das ist das, worüber ich heute sprechen will. Denn im Grunde tritt dieses Gefühl des Zuhause angekommen Seins bei jedem Menschen auf, der, der sich angenommen fühlen will, der nicht mehr darum kämpfen will, dass er alles richtig macht, damit der Andere, wer immer der Andere ist, sich ihn so annimmt, wie er ist. Also, das kann zum Beispiel auch in der Familie so sein. Es ist einfach dieses Gefühl, ich möchte so angenommen werden, wie ich bin. Und wenn dann das eintritt, ganz plötzlich, dann ist man zunächst verwundert, hat das vielleicht gar nicht gekannt und möchte dieses Gefühl natürlich für immer behalten. Und ja, klar, dann fragt man sich, ja, war jetzt mit diesem Menschen etwas Besonderes? Was bestätigt mir dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, wenn ich mit diesen Menschen beisammen bin, dass es meine Dualseele ist? Prinzipiell muss ich sagen, eigentlich nein. Sondern jeder Mensch, der dir das Gefühl vermittelt, du darfst jetzt so sein, wie du bist, und ich nehme dich an, wie du bist, der vermittelt dir dieses Gefühl. Und da wir aus unserer Kindheit, die meisten von uns von der Kindheit ja nicht sehr verwöhnt wurden mit diesem Gefühl, sind wir erstens einmal überrascht, dann gefällt es uns gut und letzten Endes können wir süchtig werden nach diesem Gefühl. Es ist also nichts Übernatürliches. Es ist ein Gefühl, ein Gefühl, das aus unserem Gehirn kommt und das stattfindet, wenn man einen Menschen trifft, der einen so annimmt, wie man ist, dann plötzlich kann man durchatmen und sagen, ach, jetzt, jetzt bin ich zu Hause. Und trotzdem, bei der Dualseele tritt dieses Gefühl immer auf. Bei anderen Menschen wird es nur bei dem einen oder anderen auftreten, wenn du einen anderen Partner oder Lebenspartner hast, dann vielleicht zufällig bei ihm, bei einem anderen nicht. Bei der Dualseele gibt es dieses Gefühl immer. Und es ist ein Signal deines Körpers, das dir sagt, da ist etwas, etwas, das, das jetzt wichtig ist für dich. Dieses Gefühl des Heimkehrens, des Nachhausekommens, das ist es, was du benötigst. Und logischerweise glaubst du dann, naja, das ist dieser Mensch, der das Gefühl auslöst, also brauche ich diesen Menschen, damit ich dieses Gefühl haben kann. Und es stimmt ja, wenn der weggit, ja, plötzlich ist das Gefühl des Zuhause angekommenen Seins, des Friedens, des angenommenen Seins plötzlich weg. Und du merkst schon, dabei macht man sich automatisch von einem Menschen abhängig und so tickt das Universum nicht. Du bist nicht abhängig von einem Menschen. Du bist auch nicht abhängig von deiner Dualseele. Es ist nicht so, dass du nur dann zu Hause angekommen sein kannst, wenn du mit deiner Dualseele zusammen bist. und das ist im Grunde genommen die Dualseelenreise darauf zu kommen, dass das auch aus dir heraus geht. Und zwar nicht psychologisch aus deinem Gehirn, aus deinem Gedächtnis heraus, aus deinen Gefühlen heraus. Da verändert sich nicht so schnell etwas, sondern wenn du auf deiner Dualseelenreise näher und näher an dein Sein rückst, in den jetzigen Moment kommst immer wieder, kommst du automatisch immer wieder in dieses Gefühl innerer Frieden und zu Hause. Ich bin zu Hause angekommen dann kannst du durchatmen dann verlangst du selbst nichts mehr von dir und niemand anderer kann es tun und dann benötigst du auch keinen Menschen oder auch ein Tier oder ein Hund oder irgendwas im Außen dieses Gefühl ich bin zu Hause bei mir angekommen also bei meinem Sein dieses Gefühl kann man kennenlernen kann man kennenlernen und das ist auch das Einzige was dann wodurch du dann die Aufmerksamkeit von deiner Dualseele abziehen kannst weil du sagst Moment das gleiche schöne Gefühl gibt es aber auch wenn ich mit mir selbst mit meinem Sein in Übereinstimmung bin wenn ich Hingabe übe an mein Sein dann habe ich dieses Gefühl und warum Hingabe Hingabe heißt im Grunde genommen alles aufzugeben den Kampf aufzugeben Vorstellungen aufzugeben Wünsche aufzugeben und natürlich Sehnsüchte alles aufzugeben das ist Hingabe Hingabe an das was jetzt ist jetzt in diesem Moment wo es dir sehr wahrscheinlich ja gut geht du hast ja im Moment keinerlei wie soll man sagen unangenehme Zustände sondern jetzt und hier geht es dir gut und dein Sein ist mit dir und in diesen Momenten wirst du immer mehr dieses Gefühl des Zuhause entwickeln und wirst aufhören dieses Gefühl des ich bin zuhause angekommen auf deine Dualseele das auf einen Menschen zu projizieren denn ich verrate dir wahrscheinlich etwas was du ohnehin weißt jeder Mensch auf dieser Welt jeder menschliche Form ist unperfekt und deshalb kann auch deine Dualseele ganz ganz anders sein als du dir das jetzt in irgendwelchen Vorstellungen sozusagen ausmachst es kann immer etwas passieren und gerade dafür ist die Situation der Trennung die Zeit der Trennung so sehr notwendig um zu sehen aha jeder Mensch sogar meine Dualseele kann mich verlassen aber es gibt etwas in mir und um mich herum das mich niemals verlassen wird und das ist mein Sein oder die Seele wenn du so willst und je größer sich dieses Gefühl in dir entwickelt umso mehr entwickelt sich dadurch durchaus auch ein menschliches Gefühl dieses Gefühl des zu Hause angekommen und bedingungslos angenommen Seins also bedingungslos angenommen zu werden das was du dir von deiner Dualseele von dem Menschen also deiner menschlichen Dualseele der menschlichen Form deiner Dualseele erwartet hast fälschlicherweise sie kann es nicht erfüllen kein Mensch kann das erfüllen das bekommst du von deinem Sein und da findest du den inneren Frieden da findest du die Kraft da findest du die Ruhe und letzten Endes auch die ganzen Ideen und Vorschläge für jeden Moment deines Lebens sozusagen die Impulse deines Seins dort findest du sie und dort ist dein Zuhause ja und wenn du dann natürlich sagen wir mal 80% des Tages ich kann das jetzt nicht so genau sagen oder 90% des Tages mit deinem Sein verbunden bist weil das bist du ja nicht nur in Meditation oder wenn du in der Stille zu Hause bist sondern während deines ganzen Tagesablaufs kannst kannst du und wirst du mit deinem Sein verbunden bleiben in diesem Gefühl ich bin zu Hause angekommen und wenn das passiert dann dann ist es sehr 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 wahrscheinlich dass die menschliche Form deiner Dualseele das bemerkt weil sie ja das gleiche Sein die gleiche Seele sozusagen teilt sie hat einfach die gleiche mit dir sie ist die gleiche Seele und dadurch automatisch die Anziehung immer stärker wird dass er oder sie dann doch wieder mit dir Kontakt aufnehmen will und entweder zurückkommt gleich oder auch wieder weg geht natürlich wenn das für dich ein Anlass ist dass du deine Heimat dein Zuhause wieder bei diesem Menschen suchst und nicht in dir selbst du musst sie immer in dir selbst suchen weil nur dort wirst du sie verlässlich und immer finden immer und ewig während jegliche menschliche Form auch die deiner Dualseele keineswegs immer verlässlich sein kann und schon gar nicht bis in alle Ewigkeit vorhanden ist wenn du dich also stützt auf irgendeinen Menschen im Außen oder ein Tier von mir aus wenn du einen Hund zu sehr mit einem Hund zu sehr zusammen bist oder mit was auch immer worauf du dich stützt was materiell ist sprich von dieser Welt von dieser Erde ist das ist vergänglich und wird vergehen und deshalb bist du da sozusagen verlassen und dieses wunderbare Gefühl des Nachhause Kommens des Angekommenseins des inneren Friedens der Ruhe der Sicherheit der Liebe das findest du hundertprozentig dein ganzes Leben lang in dir und natürlich dann auch darüber hinaus ich hoffe dass ich dir mit dem heutigen Video helfen konnte und falls ja dann lass bitte ein Like da und du kannst auch den Kanal abonnieren und ich wünsche dir alles Gute einen wunderschönen Tag und bis bald